da Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS 15 Multiplayer mit dem Fabian Moin ja auch herzlich willkommen meine Zuschauer zu einer weiteren Folge ja um aber ein paar Motsuren wie ihr seht einer auf der linken Seite sieht ihr nun da wird angezeigt wie voll die Anhänger oder der Midrasche sind das ist ja genau und da haben wir noch den Time Fast Forward drin dann kann man die schnell Zeit auf 12.000 verschneller das heißt man muss nicht so lange auf die das ist reif wird warten das geht dann alles einfach schneller ich hab hier schon den Hörlimann vor den Anhänger gehängt und ich soll jetzt mit dem Hörlimann so ein Hänger ziehen oder was muss nur bei einer großen Nachfrage kommen und dann läuft das schon bei uns hast du schon einen Helfer angemacht mehr habe ich noch nicht mach ich grad dann geh du mähen ja ich mähe hier mal die ganzen Ränder einfach alle ab und ähm bringt mich Geld und ähm bringt mich Geld und ähm bringt mich Geld und ähm ich wär dafür das mach ich im Singleplayer auch immer dass wir Feld 9 Feld 29 und Feld 30 verbinden und Feld 24 und Feld 25 verbinden ja haben wir eigentlich den den ach der ist voll haben wir den MeetMod mit drin? den MeetMod? ne hab ich noch nichts drin gemacht oh Gott wer dann aber dafür für den MeetMod von Mottab und nicht den von Mottoster ja weil der ist dann einfach übersichtlicher ja der von Mottoster ist halt einfach so da kannst du halt im Motten ähm shoppen ja aber extra eigenes Menü dafür ist natürlich cooler so und mein Hänger ist voll das müssen wir vielleicht irgendwie auch mal einen zweiten kaufen können was denn? wenn wir einen zweiten Anhänger haben können kaufen wir am besten einfach mal so einen zweiten Meter oder so einen kleinen ne 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 ich finde das nicht so gut ich würde dann mit dem äh ich würde sparen auf den Excel Flow oder auf den New Holland also ich hab manchmal den kleinen New Holland ja dass wir am besten oder ja wir sparen auf den kleinen New Holland und dass wir den den wir jetzt haben trotzdem noch behalten dann kann man nämlich äh wenn wir mehr Felder haben können wir mehr Felder mit einmal ernten ok wo hätten wir doch am Anfang nur nicht den zweiten Hellimann verkauft ja das war eine dumme Idee ja krass mit dem Video gut ich bin am abkippen wie ein Wilder und ich bin am abkippen wie ein Wilder und ich bin am abkippen wie ein Wilder welchen ich bin am abkippen wie ein Wilder hae ich hab übrigens heut ich hab übrigens heut ich hab übrigens heute die 80 Abonnenten geknackt No ja ob schon heute berichten die 81 aber nicht mehr nicht so ganz sicher was wir haben nur noch 475 Euro auf dem Konto hast du schon nicht eingeloggt doch ich habe es erst einen Prozent zwischen den nächsten Folgen sonst sieht jeder hier das Erdmann Passwort und so er wird er dasselbe Passwort auch beim Community Community Server so ist also der ja das wäre nicht so man bei mir spiegelt das übelst am Wochenende ich gleich mal ein bisschen nach nach links setzen weil ich sehe ich sehe die und die von inspektor Mots wenn alles verspiegelt oder ich mache hinter mir das Fenster zu das geht auch ich habe erst drei Prozent okay wir haben jetzt schon einiges angesät mit 25 für 30 29 ungleich also 24 auch noch dann setze ich ihn gleich wieder an 30 an wie viel ist denn eigentlich in deinem Ladewagen Teilung 40 Prozent jetzt hast du schon den Tour abgekippt ne oh je das dauert ja ewig ja für das was nur 1 Cent mehr bringt ähm ja das ist nicht wirklich viel und ne ja aber wir haben es da wir später später eh kühlen bis bald werden dann haben wir es einfach oder man könnte es direkt bei die Kuhweide fahren und ich könnte dann dann sparen wir mal gleich auf so ein zwei Kühe und ich muss ja auch das Gras muss ich auch weiter weg fahren das muss ich ja zu so Gras aufnehmen das kann ich ja ich kann so ich kann auch so ach so platzierbare Haufen haben wir jetzt nicht drin weil da hätte ich hätten wir können so einen Haufen machen dann könnten wir das alles dorthin fahren und dann am Schluss wenn wir ja ein Kühe haben könnten wir dann einfach ein Radlader dort hin und alles äh zur Kuhweide fahren aber das hat mir auch nicht drin jetzt bin ich hier ganz knapp knapp am Zaun ich bin jetzt fast schon wie so ein Arbeiter der hier so viel gemein und die ganzen Sachen immer abmeldet hier mhm ich bin nicht halt voll obwohl Feld 38 könnte man eigentlich auch ganz gut bewirtschaften das ist ja jetzt nicht so weit weg eigentlich ja das gehört ja auch von uns ja ja das ist ja hier oben deswegen ähm da setze ich dann die Sämaschine ja ich setze sie jetzt erstmal bei Feld 30 an gibt ja hier noch nie die Menge zu tun du kannst dann rummähen und äh ich fahre über die ganze Karte um wie das Glas auf naja irgendwann wird das auch für die Zuschauer langweilig dann könnten wir ja mal tauschen dann mähe ich ja ich fahre auf jetzt kann ich auch noch nie noch 300 Euro oh je ja ich fahre ja von 60 ich hab recht gut gesehen 60 Prozent hab ich jetzt ja so ungefähr 2000 Euro dann würden wir ja am besten als nächstes einen Hochdruckreiniger kaufen dann mach ich halt dieses sammle ich das Stroh auf dem Feld noch rein wenn ich das krasse weggefahren hab jetzt bin ich auch nochmal mit der Geld alles mit dem Geld ich hab grad geguckt dass der äh Mähdrecher wegfahren soll aber der ist ja Helfer weißt du wo hier in der Nähe der nächste Haufen ist wo ich das abkippen kann hier? in der Heu äh Heuteil weil wo du Heu abkippen kannst kannst du auch Stroh abkippen achso da in den Winkeln ist das auch abkippen? ja natürlich also soweit zumindest was beim LS 13 so ich probier's da aus beim LS 15 hab ich das nur nicht einmal gemacht wenn ich immer Heu gemacht hab dann war das für die Kühe aber sonst auch für nix und dann manchmal auch für die Schafe aber ganz selten kannst du jetzt gleich mal hier das Stroh wegfahren und mal mit Heu warten weil hier gibt's im Moment jede Menge Spuren wo du auch ganz schön fertig bist ja ich hab jetzt fast alles weg oder wir können auch tauschen dass du jetzt mal abfährst und ich äh mehr 80% hab ich jetzt ok dann fahr ich das gleich weg und dann mit der Stroh ein und dann können wir tauschen mit dem Winkelräder achso mäh ich hätt dann Stroh eingesammelt soll ich aber mit 84% doof fahren? ja 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 ich fahr hier vorne noch einmal ja dann sammle ich dann gleich Stroh ein ja das haben wir ja ja ach ich bin ja auch so blöd ich seh doch wenn du und du bist und ich kann sie wie voll du bist und von einem wie noch mehr in unseren Garten ja 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 ein 90% hast du für Garten jetzt Gartenkriege muss sein wenn man schon so große Trecker hat warum was nicht mit der Hand machen wenn man dann noch Geld kriegt also besser geht's doch gar nicht mehr ja Kurven fahren ist jetzt immer ein bisschen durch weil er nur hier fliegen muss oh 97% voll du musst dann gleich noch den Trecher neu ansetzen weil wenn der bergrunter fährt dann bleibt er jetzt stehen ja ich bringe das klasse noch weg so der fährt jetzt noch weiter und Fabian kippt jetzt noch ab aber jetzt ist erst die Folge rum dann geht's kann ich in der nächsten Folge weiter was heißt wahrscheinlich es ist so das ist gerade Geld ja 1500 habe ich jetzt ok das war's dann von meiner Seite mit dem Video bis zum nächsten Mal euer Unplash ad ja ich verabschiede mich wie immer auch von meinen Zuschauern sage auch bis zum nächsten Mal euer Crazy Blaze